Also wir hatten im letzten Video gesehen, dass wir zwischen zwei Switches einen sogenannten Trunk definieren können, mit dem es möglich ist, mehrere VLANs über eine Leitung zu schicken. Die Pakete werden dabei getaggt, nennt man das. Die kriegen ein zusätzliches Datenfeld, in dem drin steht, zu welchem VLAN sie gehören. Das findet man tatsächlich auch nur auf diesen Trunk-Ports, nicht auf den Access-Ports. Also hier ist dieses VLAN-Tag nicht vorhanden. Das ist insofern relevant, als dass die Clients selber, die an irgendwelchen Access-Ports angeschlossen sind, gar nichts wissen von VLANs. Die haben keine Ahnung, dass sie sich in VLAN 10 oder 11 oder so befinden. Das wissen die nicht, das ist für die nicht sichtbar. Die einzigen, die was von VLANs wissen, sind eigentlich die Switches und letztlich der Router. Und im Letzteren wollen wir uns jetzt mal kümmern. Wir hatten gesehen, dass wir dieses Routen zwischen zwei VLANs oder zwischen zwei Subnetzen mit einem Router machen können, mit dieser Doppelverbindung hier. Und das nennt sich dann tatsächlich auch Inter-VLAN-Routing, also zwischen VLANs Routen. Das hat sehr große Ähnlichkeiten mit dem Routen zwischen Subnetzen, mit eben dem Unterschied, dass wir jetzt auf Schicht 2 eine Unterbrechung haben. Das heißt, wir haben keine Schicht 2 Broadcast Domain mehr, keine große, sondern wir haben jetzt zwei kleine für jedes VLAN separat. Und das war ja auch die Idee. Auch gesehen haben wir, dass das vielleicht unpraktisch ist, wenn wir 10 VLANs haben, dass wir dann hier 10 Leitungen zum Router legen müssen. Und das gucken wir uns jetzt an, wie man das vielleicht noch anders machen kann. Das Erste, was wir natürlich dafür wieder machen müssen, ist erstmal dem Switch zu sagen, dass er auf der Verbindung, die zum Router geht, natürlich wieder alle VLANs durchlassen soll. Das heißt, dem Switch müssen wir es auch wieder beibringen. Du hast hier eine Gigabit-Verbindung zum Router. Diese Gigabit-Verbindung zum Router soll ein Trunk sein. Und auf diesem Trunk sollen bitte, in dem Falle jetzt alle VLANs, transportiert werden. Das ist die erste Konfiguration, die wir für den Switch brauchen. Den Router jetzt zu konfigurieren, wird allerdings ein bisschen kritischer, ein bisschen komplizierter. Zunächst mal möchte ich kurz erwähnen, was es hier eigentlich für Standards gibt oder was hier eigentlich hinterliegt. Und zwar gibt es den sogenannten 802.1Q-Standard, beziehungsweise das sogenannte Protokoll. Das wird im Allgemeinen, ich sag mal, Administrator spreche ich ganz gerne, einfach .1Q genannt. Also .1Q. Und dieses .1Q ist genau eigentlich das, was VLANs definiert. Die Tatsache, dass hier so ein Trunk existiert, wo irgendwelche Ethernet-Pakete drüber laufen, die offensichtlich zu VLANs gehören, erweitert natürlich den Ethernet-Standard in gewisserlei Hinsicht. Weil woran sollte eigentlich der Switch erkennen, zu welchem VLAN hier irgendein Paket gehört? Das steht in den Ethernet-Paketen entsprechend drin. Das kann man sich auch angucken. Mache ich vielleicht ganz am Ende nochmal, um das Ganze nochmal abzuschließen. In .1Q steht aber noch was ganz anderes drin. Und zwar haben wir hier ja das strukturelle Problem, dass dieser Router ja eigentlich nur ein Interface hat und entsprechend nur eine IP-Adresse haben kann. Wenn das aber so ist, dann haben wir hier ein Problem. Denn entweder dieses Subnetz kann diesen Router erreichen, weil es entsprechend im Netzwerk liegt. Also dieser Router, deren Netzwerk liegt. Oder dieses Netzwerk hier kann den Router erreichen. Der kann ja nicht in beiden Netzwerken gleichzeitig drin liegen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Möglichkeit, irgendwie diesem Router klarzumachen, dass er bitte auf mehrere IP-Adressen reagieren soll. Und das hatten wir eigentlich bisher noch nicht. Also ein Gerät, was quasi mehrere IP-Adressen hat. Das lässt aber dieser .1Q-Standard eben zu. Und was man hier macht, ist sogenannte Subinterfaces, heißen sie dann letztendlich, zu definieren. Was ich jetzt hier als erstes mal gemacht habe, ist natürlich hier die zweite Verbindung zu löschen. Und ja, jetzt gucken wir mal in den Router rein. Dieser Router hat immer noch hier seine zwei physikalischen Schnittstellen. Wichtig ist, die jetzt erstmal beide mal auszumachen. Wir sehen, das wird rot. Erste aus, zweite aus. Die zweite kriegt auch bitte keine IP-Adresse mehr. Wenn sie aus ist, ist das eh egal. Aber auch die IP-Adressen habe ich jetzt mal zurückgenommen. Und jetzt wird es leider extrem hässlich. Denn was wir jetzt machen müssen, also diese Router-Programmierung, die können wir nicht mehr über dieses schöne Klick-Menü von Packet Tracer machen. Das ist hier sowieso alles immer ein bisschen gelogen. Denn dieses Klick-Menü gibt es gar nicht in der Realität. Also in der Realität seid ihr wirklich damit beschäftigt, hier über dieses Command-Line-Interface, über das wir ganz vor Ewigkeiten mal gesprochen haben, wirklich hier so Befehle reinzuhacken. Packet Tracer nimmt einem das ab, weil man sich hier so durchklicken kann. Wenn man mal drauf achtet und hier irgendwo draufklickt, sieht man aber sehr eindeutig, wie sich hier unten dieses Command-Line-Interface immer ändert. Das heißt, wenn wir hier irgendwo draufklicken, läuft er quasi durch so eine Art Programmierungsstruktur durch. Und das machen wir uns jetzt so halbwegs zunutze, beziehungsweise nutzen wir jetzt eigentlich hier dieses Command-Line-Interface, um den Router entsprechend zu programmieren. Es soll jetzt wirklich nicht im Detail um Cisco-Syntax gehen und darum, wie das genau jetzt in Packet Tracer und Cisco-Hardware überhaupt funktioniert, sondern das Prinzip soll einmal klar werden. Ich komme jetzt, wie gesagt, nicht drum herum, hier wirklich Quellcode zu schreiben, aber ich werde Ihnen soweit erklären, dass man, denke ich, ungefähr nachvollziehen kann, was hier jetzt eigentlich passiert. Also das Erste, was wir machen, oder zur Erläuterung, das Erste, was passiert ist, wenn man einen Cisco-Router startet und sich mit dem verbindet und man hat jetzt da irgendwie kein Login drin, meldet sich das Ding so in der Konsole. Das heißt, er sagt, hallo, ich bin Router, so heiße ich, das ist quasi der Name von dem Ding, und ich warte auf Eingabe. Also Router-Router heißt, er ist jetzt soweit startklar. Ja, also was wollen wir jetzt machen? Wir wollen den konfigurieren. Da gibt es den Begriff Config für. Cisco beherrscht diese Befehlsverkürzung, das hatte ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt. Wenn ein Befehl im Folgenden eindeutig ist, reicht es, ihn abzubrechen. Also statt Config reicht es, hier Conf zu schreiben. Und dann fragt er hier, das ist aber Packet Tracer spezifisch, von wo aus er konfigurieren soll. Und wenn wir jetzt einfach Enter drücken, dann können wir jetzt konfigurieren. Jetzt sind wir in einem sogenannten Config-Menü drin. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt das Interface, dieses Gigabit-Interface konfigurieren. Was man jetzt also macht, ist folgendes. Man sagt Interface, also ich möchte das Interface konfigurieren. Und zwar das Interface G0-0. So heißt das Ding, das sieht man auch, wenn man hier so drauf geht, dann zeigt er das ja mal an. Jetzt gerade natürlich nicht, weil ich hier in dieser Command-Line bin. Aber das Interface heißt G0-0. Von diesem G0-0 möchten wir gerne ein Sub-Interface konfigurieren. Und das schreibt sich in Cisco so. Ich nehme jetzt das zehnte Sub-Interface von dem Ding. Also Punkt 10 heißt das zehnte Sub-Interface. Auf diesem Sub-Interface, also einmal Enter gedrückt, jetzt bin ich im Sub-Interface drin. Auf diesem Sub-Interface möchte ich jetzt gerne .1q aktivieren. Genauer gesagt die Kapselung davon. Das heißt dann Encapsulation. Ich kann es nicht gleichzeitig sprechen und schreiben. Encapsulation. .1q. Und zwar möchte er jetzt bitte auf diesem zehnten Sub-Interface auf das VLAN Nummer 10 reagieren. Das sage ich ihm. Ich sage jetzt, errichte doch mal bitte ein Sub-Interface und dieses Sub-Interface soll für VLAN 10 zuständig sein. Das hat er jetzt gemacht. Er sagt einem allerdings nicht, dass er es gemacht hat. Das ist ein bisschen lästig, aber gut. Dieses Sub-Interface soll jetzt eine IP-Adresse kriegen. Und diese IP-Adresse soll die sein, die Standard-Gateway für das Sub-Netz links ist. Und das war die 192.168.10.1 mit der Sub-Netzmaske 255.255.255.0. Jetzt habe ich dem Sub-Interface Nummer 10 gesagt, es gehört zu VLAN 10 und kriege die IP-Adresse 192.168.10.1. Das war es eigentlich schon, was ich für diese komischen Sub-Interfaces programmieren muss. Das gleiche Spiel muss ich jetzt natürlich machen für das Interface 11. Also Interface G0, also auf der Gigabit-Schnittstelle und hiervon das 11. Sub-Interface. Und dieses 11. Sub-Interface möchte bitte auch .1Q verstehen können. Das heißt, ich muss ihm sagen, Encapsulation.1Q. Und zwar reagiere bitte oder arbeite bitte mit VLAN 11. Jetzt habe ich das Sub-Interface hochgezogen. Das Sub-Interface kriegt wieder eine IP-Adresse. Das ist die 12216.168.11.1 mit der Sub-Netzmaske 255.255.255.0. Das ist das Standard-Gateway vom rechten VLAN. Und das Sub-Interface hat jetzt seine IP-Adresse bekommen. Was man hier noch sieht, links ist, die Interfaces sind physikalisch abgeschaltet. Und jetzt muss ich ihm noch sagen, dass er die wieder anmachen soll. Das kann ich entweder mit Häkchen in der entsprechenden Config-Seite machen oder hier auch mit Befehl. Ich möchte ihm jetzt sagen, dass er bitte das gesamte Gigabit-Interface, also nicht die Sub-Interface, sondern das physikalische Interface, bitte hochfahren soll. Und witzigerweise heißt das nicht Start oder sowas bei Cisco, sondern es ist das Gegenteil von Shutdown. Deswegen heißt der Befehl dafür No. Also heißt immer, mach das folgende nicht. Shutdown. Also fahr es nicht runter heißt so viel wie fahr es hoch. So, jetzt mache ich das. Jetzt sieht man, die werden hier grün. Der braucht noch ein bisschen. Wenn man wieder ein bisschen wartet, ist das Ding auf Layer 1 gelingt. Und tatsächlich war es das schon. Und jetzt können wir wieder gucken, ob das alles funktioniert. Intern können wir sowieso pingen, das funktioniert. Und jetzt können wir auch wieder über Grenzen hinweg pingen. Mit dem üblichen Spaß, dass im ersten Moment wieder das ARP schiefläuft. Also wenn wir es dann nochmal machen, funktioniert es ganz hervorragend nicht. Jetzt ging es zweimal nicht. Warum es jetzt zweimal nicht ging, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ein ähnlicher Bug. Oder ich habe nicht lang genug gewartet, bis der hier durchkonfiguriert war. Jedenfalls ab jetzt geht es. Ich war gerade schon verwirrt. Aber doch. Also ihr seht, man muss manchmal eine gewisse Zeit lang warten und Dinge auch wiederholen. Jetzt habe ich einen anderen Rechner angepingt. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass der Router die ARP-Table nicht voll hat. Und wenn wir das Spiel jetzt wieder ein paar Mal hintereinander machen, dann geht das auch irgendwann wieder. Das ist das sogenannte Interfaulan Routing on the Stick. Und das ist letztlich das, was wir immer benutzen jetzt in der Realität. Oder zumindest nicht mehr das, was wir vorher gemacht haben. Das heißt, bei diesem Verfahren brauche ich jetzt nur noch eine Verbindung zum Router. Und man kann sich das jetzt wirklich so vorstellen. Oder brauchen wir uns nicht vorstellen. Das können wir einfach mal uns angucken. Wie hier die Pakete laufen. Also wenn ich jetzt von diesem PC auf diesen PC pingen möchte, dann schicke ich ein ICMP los. Das geht an meinen Standard-Gateway. Mein Standard-Gateway ist der Router hier oben. Läuft auf den Switch. Der Switch sagt, okay, du gehörst zwar zu VLAN 11. Aber ich schicke dich über Trunk weiter. Weil da schicke ich sowieso jedes Paket durch, was zu dem VLAN 11 gehört und da hoch soll. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, dann sieht man auch, dass auf Layer 2 in diesem Paket, was hier über den Trunk drüber läuft, ein sogenannter .1Q-Header läuft. Das ist ein zusätzlicher Eintrag im Ethernet-Frame, der sagt, zu welchem VLAN dieser Ethernet-Rahmen gehört. Das findet man immer in VLAN, also auf solchen Trunks, diesen .1Q-Header. Wer sich den entsprechenden Artikel auf Wikipedia zu Ethernet durchliest, sieht auch, dass es in diesen Ethernet-Frames ein optionales VLAN-Tag gibt. Das ist genau das hier. Und das ist nur auf den Trunks vorhanden, also auf diesem hier und da. Sobald das über die Access-Ports ausgespielt wird, wird dieser Header wieder rausgenommen. Das heißt, die PCs selbst sehen nie irgendwas davon, müssen das auch gar nicht verstehen. So, mit diesem .1Q-Header ist das Ding hier hochgelaufen. Jetzt geht es weiter. Er schickt es an den entsprechenden Router. Der Router antwortet auf der gleichen Linie, aber jetzt im anderen VLAN. Also von dem Weg hier hoch war es noch VLAN 11. Der Weg runter ist jetzt VLAN 10. Leitet das an den entsprechenden PC weiter. Antwort kommt, Switch jagt es wieder Richtung Router. Jetzt noch in VLAN 10. Jetzt wechselt der Router von VLAN 10 nach VLAN 11. Schickt es wieder runter auf den Switch. Der Switch schickt es weiter, weiß, wohin es gehört und so weiter und so fort. Und das ganze Ding kommt an. Das heißt, wir haben jetzt auf dieser Leitung hier quasi einen Hin- und Rückweg gebaut für das gleiche Paket. Das sieht ein bisschen komisch aus im ersten Moment, funktioniert aber. Und jetzt kann man sich eben vorstellen, dass wir hier hinter noch wieder über ein nächstes Interface das Internet dranhängen. Und so haben wir ein komplett getrenntes Netzwerk auf Schicht 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.